Nur noch fünf Sekunden. Die Betreibung bleibt bereit! Tigger, hast du gesehen? Nein, ich weiß es nicht. Ja, Menitro wieder. Nur noch ein Gegner durch. Bleib im Raum, ne? Ja, der muss von mir sein am Fenster. Hier. Der ist von mir hier. So gehen. Ah, von der anderen Seite wieder, ne? Pass auf! Pass auf! Was? Was? Was sie jetzt machen? Too easy. Too easy. Was denn? Warum habe ich kein Kill bekommen? Nur ein Nazi. Da ist noch eine Falle drinnen, ne? Der dahinter. Was ist denn? Okay. Ich bin locker. Aber wir sind nicht alle da. Das ist Hörger. Penzer, kurz siehst du? Den Aufmichern und den Vorbehälter Scheiße, ich hätte den Klingeln gerade Der Behälter ist sicher Gerade hingeguckt, dann ist er, siehst du Alex laufen, ich wollte gerade abschießen Weil er einmal kurz rausgegangen ist, wa? Komm doch, Fensters bin ich Oder auch nicht Nee Verraschen Ich lade ein neues Magazin Nice, Digga Ich trau's Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter Den Gegner von der Sicherung des Bio-Gefahrgut-Behälter Abhalten Der Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter Den Gegner von der Sicherung des Bio-Gefahrgut-Behälter abhalten Nein Ey! Kleiner Wichser Das war mein Kill Das ist schon der Zweifel Beheu Beheu 2 Intoneinander Shooter geklaut, Alter Ey x2 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 2 3 1 2 2 3 2 2 Gegner verbleibt Keine Kürze Oh 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 ne Witz man ey Komm 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 Leg 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 Fünfzehn Sekunden übrig Shit seine Eier die ganze Zeit Brauchst nur da gucken Boah Digga Flieg gleich ab man Bin sei was was ich wieder heiß man Just Hier war es eine hier Einer unten bei dir ungefähr in der Nähe Ich habe einen entdeckt Lobby Was machst du denn Hä Zehn Sekunden bis zum Einsatz Ich bin voll gestreit 5 Sekunden bis Einsatz Entschärfer wurde erneut gesichert Rück zur Bombe vor und entschärft sie Ein Gegner verbleibt Die Bombe wurde lokalisiert Jumshel geh hier Garage Ganz schnell Garage Er läuft jetzt raus Nö Neutralisiert Eigener Druck erfolgreich Ach da warst du schon Ja Ich bin direkt unten in den Keller rein und durchgelaufen Ich bin direkt unten in den Keller